Hallo meine lieben Leute, heute will ich dir die weiße Nelke vorstellen. Hier ist die weiße Nelke. Und hier sind die unzähligen Opfer der weißen Nelke, die durch Menschenhand umgekommen sind. Hier siehst du den Gedenktisch der weißen Nelke und das Symbol der weißen Nelke. Und natürlich hat die weiße Nelke auch einen Gedenktext, den kannst du hier lesen. Die Gedenkstätte die weiße Nelke wurde von Silke Ruttenberg von Animal Peace ins Leben gerufen. Die Silke Ruttenberg hat auch unzählige Bücher geschrieben. Damit sage ich jetzt auf Wiedersehen meine lieben Freunde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017